Wunderschönen guten Abend ihr Lieben. Heute ist der Vollmond und in diesem Monat ist sehr viel Empfangen von gestorbenen Seelen zu bekommen. Und es ist besonders in diesem Monat, dass wir die Feier machen und Verbindung mit Dankbarkeit und so viel Liebe an die gestorbenen Seelen senden. Deswegen, ich habe heute hier das Video aufgenommen, weil ich meinen ganzen Tag in den 75 Jahren Geburtstag von Schleswig-Holstein war. Ich war mit meiner Familie und meiner Tochter zum Konzert da und nun möchte ich dieses Video machen und dann an die gestorbenen Seelen diese schönen Worte mal vorlesen. Erinnerung und Dankbarkeit an die alle gestorbenen Seelen mit so viel Liebe und Dankbarkeit. Einlassen auf mein Leben. Stell dir mal dein weiteres Leben vor, wie du es dir ersehnt, erträumt, gewünscht hast. Ein interessantes, spannendes, erlebnisreiches, erfülltes, glückliches Leben. Kannst du da Neugier, Vorfreude und Begeisterung bei dir erkennen? Das sind genau jene und trillische Anzeichen, dass du wirklich bereit bist, dich einzulassen, einlassen auf ein neues, intensiver, bewegendes und beglückendes Stück deines Lebens. Im Tanz, in der Begegnung, im Leben, in deiner persönlichen Entwicklung und in der Verbundenheit unserer freien, herzlichen Gemeinschaft. Einlassen darauf, dass Erlebte, Erfahrene, Erkannte auch in dein Alltagsleben mitzunehmen, um freier und reifer, herzlicher und liebevoller zu werden auf deinem Lebenszweck. Dankbar die Geschenke des Lebens annehmen können, die Sanfte und die Herausforderungen. Woche für Woche und Schritt für Schritt werden wir mit unseren Übungen dazu einladen, durch Bewegung und Begegnung in die jeweiligen Lebensgefühle zu kommen. Erlaube es dir, die Übungen auf deine eigene Art und Weise zu tanzen, um dich wirklich einzigartig, wertvoll und liebenwürdig zu erleben. Erfüllt von dem Erlebten kannst du in den folgenden Tagen versuchen, deine eigenen getanzten und erlebten Herzenqualitäten verstärkt in deinem Alltagsleben einzusetzen. Zur Einstimmung auf jeden Schritt gibt es ein paar Anregungen zum Nachdenken und Ausprobieren. Fällt mir das leicht oder schwer, mag ich es mit leicht oder schwer? Bin ich offen, neugierig, mutig oder eher zurückhaltend, angespannt, eigentlich? Was hindert mich, mich wirklich einzulassen, obwohl ich es doch so gerne möchte? Kann ich wirklich Ja zu meinem Leben sagen oder gibt es da noch Zweifel, Unklarheiten, Widerstände? Kann ich wirklich offen und ehrlich zu mir selbst sein und auch zu anderen? Mich wirklich und wahrhaftig selbst sehen, wie ich bin? Mich anderen zeigen, wie ich bin? Vielleicht sind diese Fragen und deine Antworten hilfreich für dich. Vielleicht werfen sie neue Fragen auf. Vielleicht zeigen sie aufbauen auf deinen bisherigen Lebenserfahrungen neue Zusammenhänge, neue Erkenntnisse und neue Ideen beim Einlassen aus deinem Herzen weg. Vielleicht, vielleicht möchtest du dich ganz einfach voll einlassen auf deinen Tanzabend vor Freude, Bewegung, Berührung, Begegnung und dich überraschen lassen von dir selbst, woraus du dich eingelassen hast und was dir das gebracht hat. Also, wie fühlst du dich, Nida? Wie ist es dir? Wie findest du die Blumen? Es ist wundervoll, oder? Ja, kannst du mir ein paar Herzen schicken? Sende mir ein paar Herzen. Nida! Ich wünsche euch einen wundervollen Abend und genießt weiter diese Schönheit, die Blumen. und kann ich schönen Meditationen mit diesen schauberhaften Blumen. Klarheit, Weisheit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Alles, alles Liebe. Deine Ming Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020